Grüße Sie, Maja mein Name. Ich habe da mal ein Frägelchen. Den haben Sie? Ich habe niemanden. Ich hätte gern niemanden. Ich bin Single. Nein, ich habe ein Frägelchen. Ein, ein, Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht richtig. Ein Wägelchen? Nein, ein, ein, ein Frägelchen. Also eine Frage. Ach so, dann sagen Sie das doch. Ja, ja. Also es geht um folgendes. Und zwar, ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Bußgelder von euch erhalten, was ich erstmal richtig frech finde. Und jetzt wollte ich aber mal fragen, ist es vielleicht möglich, dass ich bei euch so ein Abo abschließen kann, damit ich da ein bisschen einfacher habe und so. Nee, das geht leider nicht. Äh, doch, doch. Also das muss schon gehen. Äh, kleiner Tipp. Halten Sie sich einfach an die Regeln, dann gibt es auch keine Strafe. Okay, Mama. Sie sind ja jetzt ein komischer Typ, ey.